Leute, patten, wie Abgeordnete! Srei jetzt! Pass auf! Das war's für heute. Das war's für heute. ich hole eigentlich wieder die tür wir wollen jetzt nicht alle überwintern oder nicht getroffen dafür das war uns beschissen kann man nicht um die ecke gucken ist zu knapp man kann uns absichern ja 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 noch mal bitte wiederholen bitte ist noch in der nähe ich sehe ihn nicht hast du was gesehen das wird so die stelle umskrieg das war knapp Das ist richtig doof. Das ist richtig doof. Jetzt kannst du es vergessen. Schüsse filmen. Wir sind ganz hinten. Die Kloßzeit ist ziemlich lang. Lüg halt nicht so. Zwei, drei. Der schießt ja nur noch, das gibt doch nicht. Du, irgendwann in. Jetzt können wir aber nicht mehr machen, so wie es aussieht. Der schießt nicht mehr. Doch, jetzt schießt er. Wo ist der? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Viertel. Viertel vielleicht. Ja, wo ist der? Ist der schon raus? Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Ja, wo ist der? Ja, der läuft nicht mehr rum. Du machst den Raum, wir machen hier! Was ist hier? Noch nichts. Ist jetzt noch einer oder nicht? Kein Scheiß auch da. Der ist noch da drin. Ich dachte, eben war da nicht mehr drin, dachte ich. Bitte lass das ein von uns sein. Sei friedlich, sei friedlich! Wir haben mehr Position! Ich will es hoffen. Worauf schießt der eigentlich? Scheiße. Vorwärts! Was? Rufs mal weiter! Keine Stimme mehr! Ruf! Hey, guck mal! Hey, guck mal drei! Da hinten saßen aber auch drei, da sind drei rausgekommen, dass wir die geholzt haben.